Oh, dann gehe ich nochmal hoch und dann hole ich mir diesen tollen Interstellar-Antrieb. Und vielleicht kriege ich ja dann endlich mal eine neue Quest. Es wäre ganz nett, wenn ich eine neue Quest kriegen würde, weil ich habe keine Lust hier den ganzen Tag. Ich kriege schon wieder ein blaues Gewürz. Wo kriege ich das blaue Gewürz denn da und her? Nö, das verkauf ich dir mal noch nicht. Wieso kriege ich von da blaues Gewürz? Ich verstehe das nicht. Ich muss gestehen, das ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein Rätsel, das ist mir auch ein Rätsel, obwohl das grüne habe ich aber anders hergekriegt, aber trotzdem. Rätsel, Triolio, Hump, Kroon und Rätsel! Oh ja, das verkauf ich dir gerne. Du hast es verstanden. Du hast es verstanden. Du hast es verstanden. Du hast es verstanden. Lange spiele ich nicht mehr. Vielleicht kriege ich ja wenigstens noch eine Beförderung hin, während wir hier spielen. Ehrlich gesagt, viel ist nicht passiert. Wir haben uns verirrt im Weltraum. Das war sehr schön. Möchte ich gerne wiederhaben. Und ich brauche auf jeden Fall wieder viel mehr... Hallo? Davon. Und... Hey, gibt's hier... Das brauche ich auch. Und hier ist er auch so viel billiger. Mega Proton... Oh, ich hätte gern dieses Supergeschütz. Ich brauche dieses Supergeschütz. Wie wollen wir mich? Dieses Supergeschütz kaufen. Vielleicht gibt's das ja hier. Ah, es sieht dieses Super-Auto-Geschütz-Willig an. Ja, du hast es nicht zufällig bei dir, oder? Habe ich das schon freigeschaltet? Ja, Christmastime. Da gibt's das. Der Mega-Auto-Blaster. Schweineteuer, aber ich hoffe, dass es mir ist es wert. Das ist der Christmastime! Die Feingstoffe sind schon seit 5 Jahren geblieben. Die Schmutzinablässigkeit ist deswegen ich selbst. Die Schmutzinablässigkeit sind grüchig zu machen. Das ist wirklich schweineteuer! Aber es hat uns ziemlich lange weitergeholfen... ...und da hätten wir uns lieber leicht zerstören lassen. Da hätte man uns eine Menge Arbeit erspart. Aber ich versuche natürlich nicht zu sterben in dem Spiel. Das wäre ja langweilig, wenn man sich bei jeder Möglichkeit einfach zerstören lässt. Hm, auf mysteriöse... Ich habe jetzt die ganze Zeit bei euch gesessen. Auf mysteriöse Weise brennt mein Feuer. Und es ist, glaube ich, nicht die Couch, die gerade brennt. Ui, das verkaufe ich dir gerne. So, wieder 100.000 verschwendet. Ist doch schön, wie wir unser Geld hier anlegen, oder? So, wir werden es bestimmt zu was bringen. Kinder, merkt euch, wenn ihr es zu was bringen wollt und ihr bekommt auf irgendeine Weise Geld, geht es so schnell wie möglich aus. Gibt es die auch im Besser, diese Energiedinger? Mit Reparatursets? Ich glaube, ich hol mal erstmal mehr Reparatursets. Davon habe ich einfach mehr verschwendet, glaube ich. Und ich sage wirklich, verschwendet. Ich weiß nicht, was ist das? Ich weiß nicht, was ist das? Ich weiß nicht, was ist das? Terra Plateau ist hier, bla 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 bla, was ist das? Das ist diese Mega-Energiezelle. Mega-Geschütz. Die drei, die Sachen hat ich gekannt. In das Landrieb 5, wie weit geht denn das? Sammelruf. Ach, seht ihr? Wie soll ich denn das ganze Zeug alles bekommen? Ich glaube, als nächstes versuche ich mal bei denen... Wenn ich die nächste Million habe, versuche ich mal was zu kaufen. Ach, da brauche ich gar nicht erst hin. Ich würde gerne mal ein Sternensystem kaufen. Verbessert bestimmt auch unsere Beziehung. Hoffe ich doch zumindest. Warum schließen wir uns nicht alle zusammen und greifen die Crocs einfach an? Stück für Stück schließen wir sie in Stücke. Das wäre doch ein ganz toller Plan, oder? Aber ich glaube, die Crocs haben einfach viel zu viel. Hat er gesehen? Nein, die waren wirklich rundherum um den Kern sind die vertreten. Und ich weiß nicht warum, aber ich will ehrlich gesagt sehr gern wissen, was ist im Zentrum der Galaxie. Ich will's wissen! Oh, kann man aus dem Meer eigentlich noch mehr rausholen? Das wollte ich schon länger mal schauen. Ich glaube, da ist der Terror-Score sowieso zu niedrig. Tatsächlich kann ich hier mehr draus machen. Haus? Ich brauche das Gewürz, doch. Fabrik? Unterhaltung? Fabrik hierhin? Unterhaltung? Nee. Haus? Hierhin? Unterhaltung? Hierhin? Was ist das? Ein Haus? Dann kommt da. Eine Fabrik hin. Terrasco zu niedrig. Alter, aber ich könnte schwören, der Terrasco hat sich erhöht. Kann ich den neu... Oh, ich kann noch mehr Kolonien hier einrichten. Da mal geht's. Die Frage ist, wo? Oh, hier, das sieht doch nett aus. Ich glaube, hat sich der Terrasco verbessert. Ich könnte es schwören. So, nee. Doch, fangen wir an mit dem Haus. Haus. Unterhaltung. Fabrik. Fabrik. Haus. Unterhaltung. Oh, ich hätte vielleicht ein bisschen Verteidigung machen sollen. Oh, egal. Bücken. Bla, bla, bla. Kolonist 4 Plakette. Endlich. Die Megabombe, die Materiabombe. Extreme Energiespeise. Ich möchte jetzt extreme Gesundheit. Ach, wie cool. Und ein Upgrade. Yeah. Warum mache ich das nicht schon die ganze Zeit so? Ich muss eh gleich aufhören. Glückwunsch. Du wirst befürwortet aus dem Trick. Nur ein Titel. Allmächtiger. Da habe ich gerade gesehen, wo ich vernichtet wurde. Wie allmächtig ich doch war. Kann ich gleich noch ein Kolonie-Paket holen? Kolonie-Paket. Naja, eins reicht eigentlich. Warte. Keine weiteren Kolonien. Okay. Versuch was wert. Ich habe es wenigstens versucht. Ach, da haben wir auch ziemlich viel Erfahrung gekriegt. Das ist in der letzten Plakette. Das heißt, in der nächsten Runde nochmal ordentlich Geld sammeln. Jetzt wird wahrscheinlich das grüne Gewürz langsam an den Wert verlieren, weil wir jetzt mehr haben. Wo kriege ich dieses blaue Gewürz her? Das ist mir ein Rätsel. Ich meine, das ist jetzt nicht schlecht, aber... Vor allem könnte ich schwören, ich habe es gerade von hier gekriegt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte mal, ich will jetzt noch mal schauen, kriege ich jetzt eine Mission. Bitte, ich bin im Rang aufgestiegen. Viel gibt es ja eigentlich nicht mehr, aber da muss ich erst den letzten Rang erreichen, um die letzte Mission, ja. Toll, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht hier die ganze Zeit so rumgucken. Ich kann schon. Ui, mega geschützt. Was geht eigentlich von den Preisen, wenn ich denke, was wir so manchmal machen zwischendrin? Okay, das ist schon die Megabombe. Aber es ist halt eine Megabombe. Ich meine, was erwarten die Leute? Kann ich hier noch mehr Gewürze rauspressen? Ist der Kolonie? Kann ich noch schnell eine Kolonie errichten? Besser gefragt. Will ich gerne in der Nähe von dem Ding errichten? Oder kann ich das Gebäude, das Ding hier verbessern? Terracekort zu niedrig. Schade. Oh, such was wert. Naja, das ist eh bloß so eine Nebenkolonie. Aber ich hätte gerne mehr Quests. Ich fühle mich nicht durch das Spiel durchquestet. Zumindest jetzt gerade nicht. Fühle ich mich ein bisschen alleingelassen. Ich meine, im Rahmen des Let's Plays ist es jetzt ein bisschen blöd. Ansonsten würde ich sagen, wäre es mir relativ egal. Da würde ich so wahrscheinlich voll den Scheiß machen. Würde ich höchstwahrscheinlich erstmal haufenweise Geld sammeln. Und dann würde ich wahrscheinlich haufenweise Krieg führen. Würde ich die Crocs versuchen zu vernichten. Und wahrscheinlich... Mal sehen, ob ich die nächste Runde versuche. Also richtig Stunk zu machen bei den Crocs. Das heißt aber, ich muss mich auch dementsprechend vorbereiten. Das ist mir zu wenig. Um ordentlich Stunk machen zu können, braucht man auch... ...ne ordentliche Kelle zum Austeilen. Oh, läuft schon viel besser. Ah, sogar noch mehr. Gut, dass ich gewartet habe. Könnte mir sogar schon was holen. Was sollte ich mir holen? Ich glaube, ich hole mir erstmal... ...ein Extrem... ... obwohl... ... dann hole ich mir Wendern nicht hier. Dann hole ich mir oben. Dann kriege ich nämlich zwei Sachen gleichzeitig. Kann ich bei dir was verkaufen? Hast du, hast, 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 hast du? 1,2 Millionen? Wieso geht das mit einmal? Es geht viel schneller mit einmal, habe ich das Gefühl. Ich kann direkt hier von... ...planet zu planet fliegen. Ich glaube, man muss die Dinger echt ausbauen, um... ...die nötigen Sachen zu bekommen. Ich denke, wie wir mit unserer ersten Kolonie rumgedümpelt haben. Und das war einfach nur die Schuld von mir. Es war wirklich meine Schuld. Die Kolonie soll ich nie... Die Kolonie von denen werde ich wahrscheinlich nie kaufen. Allein schon, weil... ... dass sich so viel mit uns auszahlt. Ja, handeln wir. Dann brauche ich die Energiezahlen eigentlich nicht, ne? So, dann hätte ich gerne dieses... ...Mega-Geschütz. Ach, das ist... Ach, das ist zum Kolonien verteidigen. Ich dachte, das ist so wie ein Raumschiff. Scheiße. Tut mir leid, mein Fehler. Ich habe gedacht, das ist eine Verbesserung vom Auto-Blaster. Ach so, und mich, jetzt habe ich das Geld umsonst ausgegeben. Und die anderen Sachen haben sie nicht. Was für ein Saftladen. So, aber gleich mache ich eh aus. Nur noch ein paar Mal handeln. Unten gibt es vielleicht wieder gelbes Gewürz. Was? Keine Ahnung. Sie sind mir zu weit weg. Ist mir ernsthaft, wen interessiert er, was die da am anderen Ende der Galaxis machen. Ich habe hier ganz andere Probleme. So, ein, was kann ich auf jeden Fall kaufen. Und ich möchte... Ich möchte auf jeden Fall erstmal die Gesundheit. 5000 mehr wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber andererseits, die 4000, die wir haben, haben uns ja auch sehr viel genutzt. Haben wir gesehen, wie toll wir durchgehalten haben. Ich habe allerdings auch das Schild nicht genutzt, weil ich nicht dran gedacht habe. Ich denke mal... Halten wir, ich mache doch immer noch mehr. Handelsfehler. Mein Fehler. Ich sage schon mal, das war Let's Play Spore für heute. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, auch wenn wir ziemlich im Weltraum verloren waren. Ich mache noch bis zu meiner... Ähm... Beim Hauptplaneten und dann gehen wir. Aber wir haben ja wenigstens noch eine Plakette erreicht diesmal. Das ist immer nicht ganz so. Schon wieder blaus gewürzt? Irgendwas ist komisch hier. Ganz unfähig scham ja nicht zu sein. Also, wir kommen vorwärts, auch wenn es langsam ist. Und ich hoffe doch, dass wir dann früher oder später mal eine neue Quest wieder bekommen. Weil ich finde es schon ein bisschen blöd, dass er mir nicht wenigstens sagt, dass ich irgendwas machen soll. Ich meine, wir rüsten uns jetzt immer weiter aus, aber... Das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Weil ich meinte, dass du gar nicht mein... Und diese komischen Quietschviecher. So... Du lädst mich auf. Wir handeln nochmal schnell. Ja, für 11.000 kriegst du das Zeug. So, und dann bis zum nächsten Mal zu Let's Plays. Boah, ich hoffe dann... Geht's mal richtig zur Sache. Denn ich glaube... Ich würde schon gerne mal... Ins Zentrum. Und da die mir ja keine Aufgaben geben... Heißt das, ich rüste dann zum Krieg. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.